Ich treffe Steffi dort, wo ihre Sexfilm-Fantasien produziert werden. Von außen wenig sexy. Hi Steffi. Hallo Paula. Du hast mich hier in diesem sehr, sehr finsteren Hinterhof bestellt. Warum? Ja, weil ich ein Porno-Fan bin und ich erfahren habe, dass hier eine Pornoproduktion ist. Und ich eigentlich mit der Erwartung hierhin gekommen bin, dass ich endlich mal ein Set besuchen darf. Hast du auch Bedenken von dem, was wir da oben sehen werden? Also ich bin sehr aufgeregt und ich habe das Gefühl, mein Herz springt mir gleich raus. Okay, dann gehen wir mal rein. Gut. Was haben wir hier? XXL. Für die ganz Großen. Weißt du, was das ist? Das ist bestimmt für den Anhalverkehr. Richtig. Ein Arschstötzel. Ein Arschstötzel. Ein Anal-Plug. Gucke mal hier, ein richtiges Porno-Set mit Pferdeposter. Mach mir den Hengst. Du wolltest immer auf ein Porno-Set und das hast du jetzt dafür. Ja, das ist ein Traum, den du mir jetzt erfüllt hast. Ich bin sehr aufgeregt, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Es ist ein sehr komisches Gefühl, als ob mir das Herz gleich raushoppt. Um, was ist ein Arschstötzel. Ich bin schon mal wieder aufgeregt. Wir sehen uns, wie wir die Schrauben sind. Ich bin sehr, sehr am Arschstötzel. Ich bin sehr nerviger und wunderschöner. Nein, ich bin sehr ruhig. Bis zum nächsten Mal.